Hey, Angel! Bist du behindert? Willkommen bei Spaß mit Freunden. Wir zeigen euch, wie man Spaß mit Freunden hat. Kennen sie das auch? Sie sind alleine? Zuhause? Das muss aber nicht sein. Ich zei... wir zeigen... wir... wir... Wir zeigen dir, wie man Spaß mit Freunden hat. Spaß! Mit Freunden kann man unendlich viele Dinge unternehmen. Wir vergessen unendlich. So viel! Wow! Da wären... gesund ernähren! Freunde! Lesen! Freunde! Noch mehr lesen! Freunde! Man kann auch draußen Menge tun! Draußen! Wie andere... Menschen! Da wären... Angeln! Oder flirten! Oder tanzen! Nochmal angeln! Mit Freunden tanzen! Musik! Yeah! Oder Sadomaso! Oh ja... du Sau! Oder beten! Amen! Oder Party machen! Yeah! Los! Yeah! Oder twirten! Nein! Nein! Ich weiß, das erscheint jetzt als ziemlich... viel! Aber wenn du Freunde haben willst... musst du weinen! Es gibt verschiedene Dinge, die man beachten soll. Ein gepflegtes Äußeres zählt dazu. Zum Beispiel... Waschen! Parfüm! Und die richtige Drobe ist auch unerlässlich! Kann ich jetzt... Freunde besitzen? Ho ho ho! Ernst langsam, Cowboy! Nimm das Geld aus deiner Tasche... und wirf mit dem Geld! Jetzt hast du Freunde! Glücklich! Facecam! Facecam! Ah! Nicht mal ein Display! Oh, du hast mir ein Display gemacht! Es gibt zwei Dinge in der Welt, die nach Fisch riechen. Und eins davon ist Fisch! Oh, mein Alter!